Wird Queckmeier in Korea bleiben? Wird Peter einen neuen Freund finden? Erfahren Sie mehr nach diesem Werbespot, von dem Aston Kutcher dachte, dass er nicht gibt, wo sonst auf der Welt zu sehen sein wird. Hi, ich bin Aston Kutcher. Haben Sie jemals unter Alkoholeinfluss einen Hund überfahren und sind dann verärgert gewesen, weil es keine Möglichkeit gab, ihn auf der restlichen Heimfahrt auf dem Motor zu braten? Dafür gibt es eine Lösung. Sie heißt Dr. Lees Motor Haustierkochbeutel. Sie müssen den Hund da reinpacken. Dann platzieren Sie ihn auf dem Motorblock und überschreiten die Geschwindigkeitsbegrenzung um die üblichen 30 Stundenkilometer. Mh, wow, wow. Ich bin Aston Kutcher und übrigens, Dr. Lees Motor Haustierkochbeutel sind nicht gemacht für Babys. Aber Sie können sie für Babys verwenden.